hallo ja ich mache mal ein ganz schnelles kleines video zum dschungel camp hört ihr mich ich habe headset ich bin kein dover telefonberater oder so also tanja tischewitsch ist raus waren gilt sie hat gewonnen diese glücksrad fehler die also sie hatte nicht gedreht aber sie hat diese ihr wisst schon was ich machen die dinge darum gedreht die buchstaben damit das setzte ergab ergeben ergeben hatte damit diese buchstaben setzte ergaben genau der höchste gewinn beim glücksrad waren glaube ich über 35.000 euro ja ich esse jetzt hier mein müsli keine malen keine lebendigen spinnen und wenn ich es machen würde dann nur für eine million ja eine minute acht herzlichen glückwunsch waren du bist ganz schön cash jörn war er so naja langweilig tanja war nicht schlecht aber was will sie werden sängerin auch alle die von dsds kommen gehen dahin ist doch scheiße ich meine leute macht was anderes werden die karriere machen wollt müsst ihr nach hollywood gehen oder so ja dies erst musste ich auch leider heute antragen meine frau guckt das gerne ich habe mich tot gelassen ich sitze hier aber noch der affe war cool der affe ja der hatte wirklich ein dach schon gut leute in diesem sinne dschungel camp 2015 super mega geil jahren gilt und abonniert mich